Piozuri Shinoda 50 cm Nisai weiblich sehr schöne Flossen langer Kopf, breiter Kopf auch hier sehr wenig Spots gute Summe ansprechende Zeichnung ist nicht überladen also nicht so dunkel so was sieht als ausgewachsener Piozuri immer sehr gut aus wenn die nicht so überladen sind und dunkel und wer hier noch Interesse hat an dem Pio, der es noch breit kann sich dann melden